So, wir sind jetzt in einem der Seminarräume von Amritaba. In Amritaba finden ja vielfältigste Ausbildungen und Schulungen statt, die alle dazu dienen, dass wir ein Stück mehr bei uns selbst ankommen, ein Stück mehr uns selbst erkennen. Und dann gibt es Seminare, die mehr so, ja, wirklich der eigenen Persönlichkeitsentwicklung dienen, ohne dass sie gleich eine ganz bestimmte Ausrichtung haben, wie zum Beispiel der Weg ins Licht. Der Weg ins Licht ist ein sechstägiges Intensivseminar, wo wir einfach ganz besonders über die Chakren in Kontakt kommen mit uns selbst, weil die sieben Hauptchakren, also vom Wurzelschakra, Nabelschakra, Solaplexuschakra, Herzchakra, Halschakra, Stirnchakra und eben das Lotus oder auch das Kronchakra sind ja Energiezentren in unserem Körper, über die wir mit allen geistig-seelischen Aspekten, die uns ausmachen, auch verbunden sind. Und indem wir lernen, uns dieser Chakrenenergien bewusst zu werden und auch ganz besonders mit ihnen zu arbeiten, lernen wir, wie wir unsere eigene Realität uns erschaffen können. Ja, denn Chakren sind nicht einfach nur statische Energiezentren, sondern sie werden lebendig durch unsere geistige Kraft und indem wir sie zum Beispiel ausdehnen, in bestimmte Richtungen fließen lassen, ja, können wir unser eigenes Leben gestalten. Ja, und jedes Chakra hat eigene Themen, sowohl natürlich die körperliche Region, die sich daraus ergibt, aber eben auch die Lebensthemen, die geistigen Qualitäten und über diese Arbeit können wir uns dessen bewusst werden. Und der Weg ins Licht geht auch so weit, ja, dass wir uns in dieser Arbeit mit den Chakren auch unseres eigenen Lebensflusses bewusst werden, unserer eigenen Lebensaufgabe. Und so eben der Weg ins Licht ein Weg ist, wo wir einfach eins werden mit unserem eigenen Weg, mit uns selbst, mit dem, was wir auf die Erde mitgebracht haben. Und wir erhalten dort eben ganz wesentliche Werkzeuge, wie man das einfach macht. Ja, das sind eben Sachen, die man nicht in der Schule beigebracht bekommt, sondern, ja, die wirklich erst jetzt in vielen spirituellen Traditionen wieder neu belebt und auch vermittelt werden, wie zum Beispiel hier auch über den Weg ins Licht. Darüber hinaus gibt es andere Ausbildungen, die auch so weit gehen, dass man damit wirklich arbeiten kann und auch mit anderen Menschen arbeiten kann, wie zum Beispiel die Ausbildung zum spirituellen Berater. Ja, dort wird gelehrt, Energieflüsse zu erkennen, zum Beispiel in Räumen, ja, negative Energieflüsse. Man kann das ja spüren, man geht in einen Raum und fühlt sich gleich wohl und dann geht man in einen anderen Raum und stellt fest, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Ja, und das hat Ursachen. Das liegt oft an energetischen Strukturen, die zum Beispiel von Vorbesitzern dort noch zu spüren sind oder auch von anderen Gegebenheiten im Umfeld. Ja, und in diesen Ausbildungen zum spirituellen Berater wird gelehrt, wie man diese Energieflüsse positiv verändern kann, sodass einfach viel mehr Lebensqualität entsteht, dass die eigene Entwicklung erleichtert wird, dass man viel besser erkennen kann, wo will ich denn eigentlich hin. oder wenn ich in meinem Schlafzimmer bin, dass ich wieder eine passende Schlafenergie dort habe und wirklich auch schlafen kann oder wenn ich in meinem Arbeitszimmer bin und kreativ sein möchte, dass diese Kreativität auch unterstützt wird. Oder wenn ich in einem Führungsbüro sitze, dass mein Aspekt der Führung unterstützt wird. Das alles kann man über Arbeit mit Energie und über Feng Shui eben sehr positiv und sehr spürbar beeinflussen und fördern. Gleichzeitig lernen die spirituellen Berater auch, Menschen zu beraten, sie zu begleiten in allen Lebenslagen aus einer höheren Perspektive eben. Ja, das gibt dann oft Lösungen, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre oder die man ja aus der Psychologie oder Pädagogik oft gar nicht erkannt hätte, weil da wird doch mehr auf Erfahrungen gearbeitet und nicht mit diesen lebendigen Wissensebenen. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Und dann ist in dieser Ausbildung auch angelegt, die Sterbebegleitung, also Menschen von der einen Welt in die andere zu begleiten, sie ja da zu führen und ihnen einen schönen Übergang zu ermöglichen, sodass die Seele wirklich auch im Licht erwachen kann und nicht irgendwo in Zwischenwelten hängen bleibt und noch einiges mehr. Die spirituellen Berater, die sich dann eignen, können weitermachen und sich zum spirituellen Lehrer ausbilden lassen. Der spirituelle Lehrer geht noch einen Schritt weiter. Also es ist beim spirituellen Lehrer so, dass das neunte Chakra entzündet wird und das symbolisiert die Einheit mit der göttlichen Mutter. Und das bedeutet wirklich, das Leben, alle Wesen, alle Menschen, die Erde in vollkommene Liebe zu empfangen, sie in Liebe zu erkennen, mit ihnen in Liebe zu kommunizieren. Ja, und über dieses Einssein mit dem, gegenüber mit dem, was ist, eben dann auch die richtigen Wege zu finden, Menschen zu begleiten, Gruppen zu begleiten, ihnen die richtigen Hilfestellungen zu geben. Und die spirituellen Lehrer zum Beispiel geben dann auch selbstständig den Weg ins Licht, von dem ich eingangs gesprochen habe. Denn der Weg ins Licht ist etwas, was nicht nur in Amritabra stattfindet, sondern mittlerweile auf der ganzen Erde. Also in Florida, selbst in Taiwan und in Neuseeland und überall gibt es spirituelle Lehrer, die diesen Weg ins Licht weiter vermitteln. So, neben diesen Grundausbildungen gibt es noch vielfältigste andere Wege, die man gehen kann. Ich selber zum Beispiel mache etwas Schamanisches, das eben das Erbe der Feuerschamanen, wo ich eben an diese schamanischen Zugänge anknüpfe, was ganz viel mit der Arbeit mit der Natur natürlich zu tun hat, aber eben auch mit den geistigen Ebenen, mit den Lichtebenen. Dann gibt es Ausbildungen zum Heilpriester oder zu jemanden, der mit den atlantischen Kristallen heilt oder mit anderen Steinen heilt. Es gibt Menschen, die mit Klängen heilen. Es gibt Ausbildungen dazu, ja ganz besonders auch Betriebe oder Führungsstrukturen zu begleiten oder zu beraten. Es gibt Geburtspriesterinnen. Das sind alles Ausbildungen, die nicht unbedingt von den Bewohnern dieses Hauses angeboten werden, sondern von vielen lieben Kollegen, die irgendwann mal auch hier gewesen sind, die auch hier sich haben fort- und ausbilden lassen und dann auf der Grundlage dieser Ausbildung einfach ihr ganz eigenes gefunden haben. Ja und die heute auch gerne mal wieder hierher kommen und hier ihre Ausbildung, ihre Schulung geben oder einfach auch ihre Kurzseminare anbieten. Also insgesamt ist eine sehr, sehr große Vielfalt gegeben von sehr vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten und was ich immer ganz wichtig finde, ist, wir haben ja oft Bezüge zu allem. Wir sind ganz vieles gewesen in unserem vergangenen Leben und in unserer Seelenentwicklung und wir müssen nicht wieder alles heute beleben und müssen nicht alles machen, um vollständig zu sein. und ich finde es wichtig, wirklich immer im eigenen Herzen zu gucken, was dient mir jetzt im Moment, was ist für mich in diesem Moment wirklich wichtig und sich dann darauf zu konzentrieren und unser Herz hat immer die richtige Antwort und da kann man sicher sein, dass man genau das macht, was in diesem Moment auch richtig ist und ja, das beste Ergebnis erzielt. Hier haben wir jetzt noch einen weiteren Seminarraum, wo immer wieder auch verschiedene Ausbildungen und Kurse stattfinden, aber auch andere Veranstaltungen. So haben wir zum Beispiel zweimal im Jahr hier unsere Namensparty, wo Menschen kommen können und ihren spirituellen Namen mit der Bedeutung erfahren können und manchmal finden hier auch Essen statt, so Abschlussabende oder Abschlusspartys von Ausbildungsgruppen oder auch schon mal Konzerte. Wir hatten den Turkantam schon manchmal da mit Mantrenkonzerten und so verschiedene Dinge. Es ist also ein Multizweckraum. Demnächst werden wir auch mal eine Yoga-Gruppe hier haben und es ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Raum, der sich eben auch für verschiedene Dinge eignet. Und hier haben wir also unseren Shop, wo man rund um das Thema Spiritualität und spirituelle Seminare eigentlich fast alles bekommt, also vom Räucherstäbchen bis über schöne Figuren wie Buddha-Statuen oder Engelsstatuen. Wir haben diverse Essenzen, Lichtkosmetik, es gibt Karten, Engelkarten, Kerzen, Schmuck, Symbole, Zeichen. Wir haben auch einige CDs, Bücher und ganz wesentlich natürlich die große Sammlung von Heilsteinen, die man auch zur Heilarbeit eben verwenden kann oder zur Arbeit mit den Chakren. Ja, die Besucher unseres Hauses gehen ausgesprochen gerne in diesen Shop und stöbern ein bisschen. Und wir haben auch die Produkte online. Über unseren Online-Shop kommt man über die Seite www.amritaba.de, kommt man eben in den Online-Shop und kann natürlich dann auch gerne online etwas bestellen. Also der Shop wird geführt von der Selina, die Hausbewohnerin hier bei uns ist und die macht das immer sehr, sehr schön und sehr, sehr liebevoll, wie sie die Dinge dekoriert und anordnet und das spürt man auch hier im Shop. Und im Moment haben wir auch sogar eine Praktikantin hier, die Manakaya, die sie unterstützt, sodass die beiden das im Moment auch gerade zu zweit machen. Und das hat man das auch gerade zu zweit machen. Und das war die Esper침antin hier. Auch wenn ich da bin, auch wenn ich da bin. Und das war die Aufmerksamkeit nicht gleich. Und wenn ich das noch nicht beteiliche, Aber ich sehe hier noch etwas anderes bin